Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir sind hier, Pandifrost ist auch da, beziehungsweise Galapandimos. Ich musste gucken, wie ich das mache, da ich ja die Raids für Zuschauer hosten wollte, zusammen mit dem Tobias, zusammen mit dem King. Ihr kennt ihn unter King, genau. Vielleicht kennt ihr ihn noch gar nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist gleichzeitig auch die Galapandimos-Forschung, wer sich das Ticket gekauft hat. Und ich muss das nebenbei machen, bereite das Video schon mal vor, versuche das am Sonntag, glaube ich, rauszuhauen, dass ihr auch seht, wie ich meinen Galapandimos bekommen habe. Ich habe mir hier schön Bildschirm drauf gemacht, dass ihr das seht, schön zum Thema hier. Galapandimos-Cane ist auch wieder am Start, Pikachu ist am Start. Wir haben die App jetzt auf, ich habe gerade noch hier Eier gebrütet, habe noch den Level 46 Aufstieg gemacht, deswegen ist da noch der Rauch an, ach, das Sternenstück an. Und wir haben die Aufgaben hier, was klappert denn da? 1 von 5, wir gehen fix jedes Kapitel durch, ich zeige euch immer, wenn ich die Belohnungen abhole. Fange 15 Pokémon vom Typ Eis, verschicke 10 Pokémon und das andere war, lande 3 großartige Würfe. Wir machen uns jetzt hier einmal Rauch an, denn Rauch hält 3 Stunden und lockt vermehrt Eis-Pokémon an. Petskneef als Shiny released, so sieht das aus, kann man sich hier schon angucken, Petskneef als Shiny. Wir nehmen das jetzt auf jeden Fall mit, gucken mal, wann das erste kommt und melden uns wieder, wenn wir die Kapitelbelohnungen abholen. So, wir haben jetzt 10 Pokémon ausgewählt, die wir verschicken wollen. Das war ja das letzte von dem Kapitel. 15 Eis haben wir gefangen, wir können die Belohnungen abholen, können uns gleich angucken, was da drin ist. Wir haben hier einmal ein Alola-Wulpix, okay, nehmen wir mit auf jeden Fall. Da bewährt man natürlich auch gleich, aus den Aufgaben können die ja immer bessere IV bekommen, beziehungsweise haben eigentlich bestimmte Grundwerte, sodass ihr denkt, dass es aus den Aufgaben und den Belohnungen immer leichter ist, einen Hunderter zu bekommen, genauso wie eben aus den Eiern oder aus den Raids. Ist trotzdem jetzt nicht der Burner, da sitzt ein Quiekel, wir holen uns das noch ab. Es sind auf jeden Fall 5 Kapitel, noch ein Schnäppke, hätte auch Shiny sein können, ist es nicht. Wir gehen dann gleich weiter. Eigentlich weiß ich die Aufgaben schon, der Marco hat mir die Aufgaben schon gesagt, aber ich tue einfach mal so, als könnte ich mich hier überraschen lassen. So, währenddessen werden die Level 45, also von der Spezialforschung die Aufgaben noch fertig. Wir haben hier nochmal Sonderbonbons, wir haben nochmal Staub, was wir abholen können. Also, 8 Euro für die Spezialforschung, 5 Kapitel, ein wildes Rosana, nehme natürlich auch mit. Dadurch, dass ich euch so festhalte mit einer Hand, habe ich natürlich nur eine Hand zum Werfen und muss das immer mit dem Daumen rumcurven. Verzeiht mir das bitte, ich könnte euch auch irgendwo hinstellen, aber der, ich weiß gar nicht, wer es war, der Jens hat gesagt, bitte mehr folgen, wo du in deinem Rollstuhl sitzt, ach in deinem Bürostuhl. Wir kommen ins zweite Kapitel, brauchen jetzt 15 Pokémon, drehe einen Pokéstop und verwende 10 Bärmen beim Fangen von Pokémon, okay. Ist auch nicht so brutal, einfach 15 Pokémon, egal welcher Typ, melden wir uns gleich wieder zurück. So, wir haben die nächsten Pokémon gefangen, wir haben jetzt wieder 12 Stück ausgewählt zum Verschicken, da seht ihr auch mal, was ungefähr so kommt. Molli Morba fand ich richtig cool, genauso wie, da war ein Elektec dabei, Monozyto. Digga, was macht er denn hier, führt Eigenleben. Monozyto auf jeden Fall, weil viele gefragt haben, wieso spawnen da eigentlich. Psycho-Pokémon, genau, jetzt musste ich erstmal überlegen, na, Pandimos ist doch Psycho-Pokémon. Und das Galai ist ja bestimmt Psycho und Eis oder so, deswegen passt auf jeden Fall alles dazu. Wir holen jetzt hier im Kapitel 2 die Belohnungen ab, haben Pogestop gedreht, Alter, Pogestop, haben jetzt ein Flurmel. Das ist auf jeden Fall spektakulär, sage ich mal, einfach mal Flurmel gegönnt, schnell und einfach. Gönnt euch diesen Trick, nachts um 3, es ist 0.53 Uhr, egal. Einfach und schnell Flurmel bekommen. Das neue Video bei BisaFanTV. Dann haben wir hier noch eins dabei, wir haben noch eine Kapitelbelohnung. Ein Pummeluff hat wenigstens auch eine Farbe wie ein Flurmel. Zack, großartig, dürfte auch kein Problem sein. Und ich muss mal, das nächste Mal, wenn ich, bevor ich hier auf Aufnahme drücke, am Bildschirm ruckeln, dass der nicht mitten durch ausgeht, äh, mittendrin. Jetzt haben wir die gar nicht bewertet, oder? Müssen wir auch das Pummeluff bewerten. Und das Flurmel müssen wir auch bewerten, das ist wichtig. Wenn die aus den, hui, 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 ein 96er Flurmel ist Schrott, können wir direkt wegschmeißen eigentlich. Aber wir haben ja noch die Kapitelbelohnung, die ist bestimmt richtig heftig, darauf könnte ich schwören. Hoffentlich nichts Rosanes. Ein Palimpalim, der gibt auf jeden Fall mächtig Sternenstaub eigentlich. Können wir nochmal gucken, was da steht. Palimpalim, auch sehr seltenes Pokémon, aber auch natürlich ein Psychotyp. Äh, beim Go-Face wurde das sehr gehypt, als das so oft gespawnt ist. Da sind viele ausgerastet, wollten da schön staubfarmen. Gibt... Tausend. Ja, aber tausend ist ja viel, ne? Tausend für ein einzelnes Pokémon, wo es sonst nur 100 gibt. IV sind auch wieder schlecht. Die nächsten Aufgaben, Kapitel 3, sind auf jeden Fall... Moment. Fange 15, Psycho-Pokémon. Drei gute Curveball-Würfe hintereinander und drei Power-Ups bei Pokémon. Machen wir, melden uns zurück bei den Power-Ups und... Da gibt's auch wieder eine Pokémon-Belohnung im Kapitel 3. Und schon wieder Knursp. Ich weiß gar nicht, wohin wir den ganzen Knurspen. So, die Aufgabe haben wir theoretisch auch fertig. Wir schicken wieder zwölf Pokémon. Und das Lustige ist, es sind so viele Rosana einfach dabei aus dem Rauch, die gleichzeitig Eis und aber auch Psycho sind. Rosana gibt's ja auch als Shiny jetzt wild in dem Event. Also gönnt euch einfach Rosana. Vielleicht kriegt ihr ja ein Shiny Rosana. Ich brauch's eigentlich nicht. Ich hab das Baby damals gebrütet, hab das entwickelt. Äh, beziehungsweise... Brauch ich noch... Die drei Power-Ups. Und da hab ich nen kleinen Tipp. Wenn ich auf Anhieb immer nicht weiß, was ich entwickeln soll, wo ich ein Power-Up drauf geben soll, geh ich immer auf die niedrigsten Pokémon, die es gibt. Such mir da eins raus. Da seht ihr, das kostet nur ein Bon-Bon um 200 Staub. Haben wir eins, zwei, drei. Sind also drei Bon-Boms und 600 Staub. So könnt ihr drei Power-Ups vergeben. Habt 600 Staub ausgegeben. Das ist nicht teuer. Denn bevor ihr irgendwo jetzt 10.000 Staub ausgebt, dreimal... Und im Endeffekt braucht ihr es vielleicht doch nicht. Oder ihr müsst es für was Wichtigeres pushen. Nehmt halt einfach ein kleines Pokémon. Gebt da einfach drei Power-Ups drauf. Immer am besten WP10 oder so, was man da hat. Jetzt nehmen wir hier natürlich noch die Belohnungen alle mit. Sind wieder gespannt, was die Pokémon-Belohnung ist. Im dritten Kapitel. Ja, war das das dritte? Und es ist schon ein wildes Pandimos. Mit... 864. Das dürfte ja eigentlich genau dieselben Bon-Boms haben auch. Wie das normale Pandimos. Also ist ja nur eine andere Form. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich hoffe, man bekommt mehrere Galapandimos. Weil ich brauche eigentlich ein männliches, was ich entwickle. Ein weibliches, was ich entwickle. Und ein Lucky, was ich entwickeln muss. Wenn aber jeder nur eins kriegt, dann gibt mir ja bestimmt keiner seins ab. Es ist auf jeden Fall... Naja, geht. Es ist auf jeden Fall ein weibliches... Muss ich mal die fragen, die ein Ticket haben. Wenn einer ein männliches hat und nicht ein weibliches, dann könnte man das ja entwickeln. Tauschen. Da ist beim Pandifrost wenigstens der männliche und weibliche Eintrag weg. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Beziehungsweise... Ich habe keine Ahnung. Es gilt ja wahrscheinlich eh nur für Pandifrost. Wir gehen einfach ins nächste Kapitel, gucken uns das an. Ja, wenn man es erst entwickelt und dann tauscht, hat man den... Hätte ich dann jetzt den weiblichen Eintrag, wenn ich es im Lucky-Trade mit jemandem tauscht, der mir ein männliches gibt, was schon entwickelt ist, habe ich den weiblichen, weil ich es selbst entwickelt habe, habe den männlichen durch den Tausch, aber auch den Lucky durch den Tausch. Das würde in dem Sinne also auch gehen. Verdiene ein Herz mit deinem Kumpel. Verdiene ein Bonbon durch Spazieren mit deinem Kumpel. Entwickel ein Galapandimos. Vier und fünf. Ich hoffe, ich hoffe, jetzt müssen wir es auch noch entwickeln. Ich hoffe, wir kriegen auf jeden Fall noch eins. Also Spazieren und ein Herz. Durch Spazieren kriegt man ja im Prinzip schon fast ein Herz. Das sind auch schon 60 Bonbons. Dafür könnt ihr das entwickeln. Kriegt noch zwei Gletschermodule. Wir verdienen ein Bonbon. Wir melden uns dann natürlich zurück. So, das Sinnvollste wäre natürlich gewesen, man hätte jetzt einen Buddy genommen, der nur einen Kilometer braucht zum Laufen. Der braucht drei Kilometer. Also das Shiny Pads Leaf, der war aber schon bei 2,8 von drei. Das heißt, es waren nur 200, die gefehlt haben. Wir werden jetzt auch einfach noch ein Herz mit dem verdienen. Theoretisch müsste das ja sogar klappen, wenn ich jetzt einfach ein Bild noch mache. Was nehmen wir denn mal als Hintergrund? Keine Ahnung. Hier einfach irgendwas. Das müsste theoretisch jetzt... Wir haben doch schon einen Schnappschuss gemacht. Mensch, was machst du denn hier? Wir können ja mal zusammen spielen. Wir streicheln es mal kurz. Dann müsste es auf jeden Fall auch ein Herz bekommen. Dann haben wir einen Bonbon erlaufen. Wir haben ein Herz bekommen. Durch das Spielen ist ja auch nicht schwer. Brauchen also nur noch ein Galapandimos entwickeln. Und das ist total... Entwickel ein Galapandimos. Wir haben doch sowieso nur eins. Also entwickle dein Galapandimos. Wäre da auf jeden Fall sinnvoller. Wir brauchen 50. Wir entwickeln es einfach mal. Und ich bin wirklich gespannt, ob... Wer war das nochmal? Der Coke zum Beispiel. Hat auch das Ticket. Mit dem bin ich auch Glücksfreund. Und der... Würde eins zu eins tauschen. Wenn er jetzt ein männliches hat, dann wäre das optimal. Ein männliches gegen ein weibliches. Und beide haben den Eintrag und alles passt. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Mit seinem Stock, wie er da rumfuchtelt. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Denn wir können nochmal hier Belohnungen abholen. Achso, eigentlich holt man erst die Bonbons ab und entwickelt das dann. Damit man auch genügend hat. Wir haben jetzt hier noch eine Begegnung. Ich hoffe, das ist noch ein Galapandimos. Bitte. Nur noch eins. Ja. 865. Genial. Dann sind die Probleme doch schon kleiner geworden. Sprich, jetzt habe ich wenigstens das Galapandimos und das Pandifrost. Wenn das jetzt noch männlich wäre, könnte ich theoretisch, wenn ich selber entwickle, das Männliche und das Weibliche machen. Ne, es ist auch weiblich. Dann würde mir aber wieder ein Galapandimos fehlen. Okay. Aber wir sind ja auch noch nicht durch. Vielleicht kriegen wir noch eins am Ende. Denn ein Kapitel ist ja immer noch da. Und das letzte Kapitel sind Belohnungen abholen. 3000, 3000, 3000 Sternenstücke, Brutmaschinen und diese komische Pose. Muss man sich die Pose reinziehen? Ich weiß es nicht. Wir können sie uns mal ganz kurz angucken. Wenn wir hier drauf gehen, Individualisieren. Der steht fest wie ein Baum. Und wenn wir jetzt diese Pose auswählen. Ja, keine Ahnung. Hier, das. Was ist das denn, oder? Wenn ihr euch zum Horst machen wollt, dann stellt euch ruhig so hin. Vorsicht, Banküberfall oder irgendwas. Das ist auch... Das ist... Ja, oh, guckt mal. Ich bin Level 45. Ich drehe mich weg mit dem Rücken. Ich bin jetzt plötzlich was Besseres. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Das ist die ganz normale gewesen. Das war die, die man bei der Regirock... Ach, Regigigas Forschung bekommen hat, glaube ich. Das sind die einzigsten, die ich habe. Die finde ich cool. Weil die ist so wie, ich bin bereit. Zack. Und deswegen lasse ich die auch drin. Geh mal weg mit einer komischen Pandimus-Pose. Und ihr seht, es sind immer noch 2 Stunden, 7 Minuten auf dem Rauch drauf. Sprich, circa eine Stunde jetzt gebraucht für die 5 Kapitel. Alles fertig gemacht. Habt ihr auch ein Ticket gekauft? Habt ihr ein Galapandimus? Habt ihr ein männliches? Oder kriegt jeder ein weibliches? Habt ihr vielleicht ein 100er bekommen? Wie gut war eures? Schreibt es mal in die Kommentare. Und was würdet ihr jetzt machen? Würdet ihr jetzt das so behalten? Und das andere... Ich habe keine Ahnung. Es wäre ja perfekt, Pandifrost gegen Pandifrost zu tauschen. In einem Glückstausch. Ein männliches gegen ein weibliches. Dann wäre alles dabei. Aber dann hätte das einen Lucky Hintergrund. Möchte ich auch nicht. Vielleicht sagt ja einer, er braucht nur eins. Und gibt mir eins so ab. Und mit einem anderen mache ich den Spezial. Ach, den Lucky Trade. Und dann... Oder die kommen irgendwann nochmal in die X-Rays. Hat der King gesagt. Vielleicht... Vielleicht machen sie es auch so. Keine Ahnung. Mit Regigigas haben sie es ja so gemacht. Erst in der Forschung und dann in die X-Rays. Aber Pandifrost in den X-Rays ist auch totaler Quatsch. Lasst euch dann nicht reinreden. Wie fandet ihr die Forschung? Selbst wenn ihr die nicht hattet, habt ihr ja die Kapitel gesehen. Ihr habt die Belohnungen gesehen. Theoretisch. Eine Medaille gab es auch. Muss ich nochmal kurz reingucken. Auf die Medaillen... Äh... Hier. Was klappert denn da? 19. bis 20. Dezember. Das ist die Medaille. Sieht leider nicht viel anders aus als die anderen hier. Hätte ich mir was besseres gewünscht. Gut, die City Spotlights sehen auch alle gleich aus. Aber hier diese Pokémon Go Fest. Unikat. Safari Zone hier. Safari Zone da. Die sehen alle so herrlich aus. Aber... Naja. Egal. Wollen wir uns nicht beschweren. Das war's jetzt auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wie gut war euer Galapandimos? Habt ihr euch die Forschung gekauft? Äh... Habt ihr ein männliches bekommen? Oder auch nur Weibchen? Schreibt's mir rein. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ich hab da ein Loch im T-Shirt. Guck. Peace out, vorhaut, euer Ramses. Peace out, vorhaut, euer Ramses.